Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu HERO, das Notaufnahme-Brettspiel. Wie immer, mein Name ist Peter, ich bin von Ely River Games und heute schauen wir uns die Ressourcen an. Das heißt, wir haben einen Blick darauf, wie ihr eure Fähigkeiten im Spiel nutzt, welche Komponenten mit den Fähigkeiten interagieren und wie ihr die verbessern könnt, um möglichst viele Patienten zu heilen. Also fangen wir direkt an mit den Ressourcen. Hauptsächlich sind das eure eigenen, die ihr auf euren Heldenkarten seht. Aber wie ihr wisst, haben auch die Krankenhausmitarbeiter Ressourcen und Fähigkeiten, die euch helfen können, genauso wie die Oberärzte und das natürlich alles, um am Ende die Patienten zu behandeln. Was sind jetzt aber eigentlich diese Fähigkeiten? Ihr seht es auf eure Karte, Lizzie zum Beispiel, hat rot zwei, grün eins, blau eins und gelb eins und diese stehen in dem Fall in rot für die körperliche Arbeitskraft. Das heißt mit anderen Worten Bizeps. Körperliche Arbeitskraft hilft euch bei manchen Patienten, bei denen man einfach etwas Kraft braucht, zum Beispiel bei einer ausgekugelten Schulter, damit ihr sie wieder einrenken könnt. Grün ist eure chirurgische Fähigkeit und die wird euch hauptsächlich bei Patienten helfen, die man operieren muss. Blau ist euer Wissen in innerer Medizin. Das heißt, das hilft euch bei fast allen Diagnosen, denn irgendwie hat jeder Patient etwas, das man mit innerer Medizin behandeln kann. Und gelb ist noch eure Kenntnis in Neurologie, also alles, das das Gehirn betrifft. Und das benötigt ihr vor allem bei Patienten, die Krankheiten haben, die das Nervensystem betreffen. Die Ressourcen sind im Spiel nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, rot kommt etwas häufiger vor, als zum Beispiel gelb als Neurologie. Ich habe euch jetzt hier auch die Oberärztin in Neurologie dazugelegt. Sie bringt zum Beispiel drei in Neurologie mit, während ich zeige euch jetzt hier mal den Oberarzt in innerer Medizin, der bringt fünf mit. Also ihr seht schon, gelb ist einfach etwas schwieriger anzuhäufen als zum Beispiel blau als innere Medizin. Jetzt ist es so, wenn ihr am Ende einen Patienten behandeln wollt, müsst ihr die Fähigkeiten, die auf der Patientenkarte angegeben sind, die müsst ihr einfach mitbringen. Das heißt, mit allen Mitarbeitern oder mit Oberärzten, die im Spiel sind, müsst ihr auf diese Werte, die kommen, die auf der Karte angegeben sind. Manche Patienten geben euch aber eine Auswahl. Zum Beispiel diese schlimmen Kopfschmerzen hier könnt ihr behandeln, entweder mit vier Wissen in innerer Medizin und zwar Neurologie oder ganz einfach mit vier Wissen in Neurologie. Naja, ganz einfach besser gesagt als getan. Wenn ihr diese Patienten, wenn ihr die Fähigkeiten habt, um die Patienten zu behandeln, dann erhaltet ihr die Belohnungen, die oben rechts auf der Karte stehen und alle, die Trittbrett fahren, bekommen die Belohnung unten rechts. Wie genau das mit dem Trittbrettfahren funktioniert, das wird Thema eines späteren Videos sein. Ja, und das war es auch schon für heute. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr eure Ressourcen managen könnt, damit ihr nachher die Fähigkeiten habt, um auch schwierige Patienten zu behandeln. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert sehr gerne unseren Kanal, aktiviert die Benachrichtigungsglocke und ich freue mich, wenn ich euch auch im nächsten Video begrüßen darf.